mir ist langweilig naja auf der anderen Seite ich wollte schon immer das Video machen also sieht man so aus als hätte ich keine andere Wahl Servus Leute ähm ja der eigentliche Grund warum ich dieses Video ich bin nämlich gerade wo ich fühle mich beobachtet deswegen gehe ich in die Küche deswegen haben wir ein kleineres Fenster ähm da ist zwar der Ton sei jetzt scheiße aber egal ähm ich versuche es jetzt zu ähm das jetzt kurz und schmerzhaft zu machen oder schmerzhaft besser gesagt und zwar ähm folgende Situation vielleicht haben die einen oder die anderen das mitbekommen dass ich ähm sehr sehr unaktiv in Jemmy Globusoft geworden bin das hat natürlich einen Grund und zwar meinen Zweitkanal ähm Nerdiger TV wenn ich weiß wer das ist Link ist unten in der Videobeschreibung ähm oder ich erkläre es euch einfach mal ähm und zwar es ist eigentlich ein Kanal wo ich vorhabe meine ganzen Videos hochzuladen die mit nerdigen Sachen zu tun haben wie zum Beispiel jetzt mein nerdiges Leben also zu Vlogs zum Thema Filme Comics Videogames was auch immer und die besprechen natürlich auch meine Convention Videos das heißt dass diese Art von Videos bei Jemmy Globusoft wegfallen so jetzt habe ich aber mit Jemmy Globusoft eigentlich meistens nur damit gemacht ich habe ja mit Jemmy Globusoft auch damit ähm wirklich richtig angefangen ähm die ersten Animex Videos hochzuladen diese ganz alten wo ich echt mir denke oh Gott was habe ich mir damals eigentlich nur äh da auf eingelassen ja frage ich mich manchmal auch immer ähm dann ist natürlich die Frage was ist jetzt mit dem Kanal ganz besonders Jemmy Globusoft gebe ich einfach nicht auf nicht nicht mal für Geld ah ja okay ja genau ich habe jetzt den Kanal jetzt seit fast neun Jahren nächstes Jahr haben wir ein zehnjähriges Jubiläum yay ähm also ich weiß jetzt nicht genau wie es jetzt aussieht mit Humanoid Crazy und Tata Sochi ob ich jetzt bein werde oder nicht das ist einfach sagen wir mal es ist mein Baby mit dem hat es alles angefangen deswegen werde ich jetzt mal versuchen auch in dem Kanal künftig was hochzuladen was nicht zu NerdicGirlTV passt machen wir so ein Deal oder? würde ich mal sagen ja deswegen würde ich einfach mal sagen man sieht sich bis zum nächsten Mal kennt ihr das? wir wollen ein Video machen und die Nachbarn gegenüber die euch richtig hassen beobachten euch das ist ich dachte ich du sagst du sagst du sagst